Islam Dullatov kämpft dieses Wochenende. Er steht vor dem größten Kampf seiner Karriere. Viele von euch hatten es vielleicht nicht auf dem Schirm, aber Dullatov wird am 10.02. in Oberhausen bei Octagon kämpfen, wird einen herausragenden Kampf liefern gegen Ioannis Palaiologos. Wer ist das? Das ist der Ex-Gegner von Christian Eckerlin. Eckerlin hat es damals geschafft, ihn per Submission zu finischen. Auf der anderen Seite hat es Palaiologos vor kurzem zu einem großen Schocker geschafft und hatte Jung wird gefinished. Ihm sogar den Arm gebrochen und jetzt hat Octagon genau diesen Mann vor die Fäuste für Islam Dullatov gestellt. Und viele erwarten, dass Islam diesen Mann besiegen wird, um dann weitere große Prüfungen bei Octagon zu bewältigen. Wenn er das schaffen sollte, stehen ihm die Türen offen für große Top-Five-Fights. Ansonsten möglicherweise auch große Manni-Fights wie gegen Christian Jung wird.